Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem Vlog. Ja, ich wollte irgendwie heute ein Video drehen, hatte allerdings gar keine Idee, was ich machen sollte. Also Ideen schon, Ideen habe ich noch reichlich, aber keine, die ich jetzt noch umsetzen könnte, da wir jetzt schon 8 Uhr abends haben und ich alleine mit der Kamera jetzt auch nicht mehr viel anfangen kann, da das meiste solche Video-Ideen waren. Naja, ihr werdet schon sehen, ich werde die noch machen. Ähm, ja, deswegen dachte ich mir, setze ich mich einfach vor die Kamera und rede mit euch. Über was soll ich reden? Ich habe nicht mal ein Thema, über was ich reden soll. Aber ich weiß nicht, findet ihr solche Videos okay, wo ich einfach mich vor die Kamera setze und irgendeinen Mist labere, der eigentlich gar keinen interessiert, einfach nur, um mit euch zu reden? Ja, also ich weiß nicht, wie findet ihr das? Wenn nicht, dann schaltet ihr jetzt ab, weil wie gesagt, es wird nicht sowas weltbewegendes kommen. Ich wollte einfach nur unterhalten, mich mit euch. Ja. Wie findet ihr eigentlich jetzt das neue Facebook-Design? Das hat sich ja ein bisschen geändert. Habt ihr Facebook? Habt ihr kein Facebook? Ich selber habe ja Facebook so privat, mit dieser Seite noch nicht. Äh, ich überlege mir vielleicht, demnächst eine Facebook-Seite zu erstellen. Wie findet ihr diese Idee, dass es von Chrissy's Beauty World eine Facebook-Seite gibt? Würdet ihr das überhaupt so ansprechend nennen oder lieber nicht? Hm. Ich bin übrigens dabei, gerade wieder eine neue Verlosung zu planen. Äh, ich will zwar noch nicht so genau jetzt darauf hinweisen, also ganz ruhig in den Kommentaren. Ich weiß noch nicht genau, wann sie kommen wird, aber ich bin gerade fleißig am Sachen einkaufen. Dafür, in den letzten Tagen war es übrigens sehr, sehr warm. Also es war wirklich warm. Es war über 20 Grad bei uns. Und das fand ich sehr gut. Findet ihr nicht auch, dass wenn es warm ist, man automatisch bessere Laune hat? Also bei mir ist es so, ich habe dann auf einmal immer gute Laune sofort und könnte, keine Ahnung, ich lächle die ganze Zeit einfach nur. Egal, was passiert, ich lächle. Und das finde ich doch sehr cool. Ja, also ich freue mich schon sehr auf den Sommer. Bald ist es ja übrigens auch soweit. Dann stehen wieder die, ähm, der Abschluss an und, äh, ja, also für die Zehner. Also ich habe ja diese Klasse wiederholt, falls ihr das noch nicht wusstet, weil ihr mich noch nicht so lange kennt. Oder falls ihr das damals noch nie mitbekommen habt. Also ich wiederhole gerade die zehnte Klasse. Habe also, ähm, zum zweiten Mal meinen Abschluss und werde zum zweiten Mal meine Motto-Woche haben. Deswegen wollte ich euch auch fragen, hättet ihr Lust, äh, letztes Jahr habe ich euch ja begleitet, die ganze Motto-Woche und habe, also, nein, durftet ihr mich begleiten. Also ich habe euch mitgenommen, genau so, die ganze Motto-Woche. Und habe euch meine Outfits, die das, äh, für jedes Motto gezeigt. Würde euch das dieses Jahr auch wieder interessieren? Dieses Jahr sind nämlich einige andere Motto-Woche, natürlich auch ein paar die gleichen, wo ich aber andere, ähm, Ideen habe, Vorstellungen. Also ich werde nicht dasselbe nehmen wie letztes Jahr. Deswegen würdet ihr euch dafür interessieren, dann wieder so ein Video zu haben? Oder sagt ihr eher, nee, einmal reicht? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, dann könnte ich nämlich darauf eingehen. Und, ja, also ich finde das ganz, ganz cool, welche Motto-Woche sind, verrate ich natürlich noch nicht. Vielleicht werde ich euch auch wieder auf meinem Abschluss mitnehmen. Mal gucken. Ja, also es gibt wirklich irgendwie nicht viel zu tun. Ich, äh, meine Mama macht gerade Essen, aber ich habe gar keinen Hunger. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache für euch jetzt, ne? Ja, aber es ist so. Ich, ich, ich frage mich selber, wer ich bin, weil ich bin normalerweise, alle Leute, die mich kennen, wissen das, ein immer hungriger Mensch. Ich habe immer Hunger. Und heute nicht. Ich frage mich, wieso das so isst. Eigentlich geht es mir gut, aber ich bin mir nicht sicher, seit ich diese Tatsache weiß, dass ich keinen Hunger habe. Oh Gott, ihr müsst euch jetzt auch denken, ist die irgendwie bescheuert? Also was redet sich hier für ein Mist? Oh Gott, das denke ich mir gerade selber von mir. Aber, oh, ich weiß nicht, wieso. Ich wollte mich einfach nur mit euch unterhalten. Ja, hey. Duck, duck, duck. Hm. Gibt es eigentlich Videos, die ihr sehr gerne sehen würdet? Am letzten Mal kamen ja viele Video-Wünsche. Und ich habe auch versucht, viele zu ermöglichen. Einige Videos, wie zum Beispiel den Drama-Life-Tag, der kam sehr oft. Allerdings wollte ich das nicht machen, weil ich finde, dass der doch ein bisschen zu persönlich ist. Ich mache 2000 Tags, ja, aber da dieser Tag dann ja nicht nur mich beinhalten würde, sondern auch so meine Familie, mein Wohnort etc. Wollte ich das dann nicht machen. Irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber das wollte ich damals halt noch nicht machen und auch jetzt noch nicht. Aber habt ihr vielleicht andere Video-Ideen, die ihr sehr, sehr gerne sehen wolltet? Wie am Anfang schon gesagt, ich habe schon ein paar Ideen, die ich jetzt zwar nicht machen kann, aber die ich noch machen werde. Aber trotzdem, vielleicht gibt es ja irgendwelche Vorschläge von euch, die ihr besonders cool findet und die ich euch abdrehen sollte. Würde ich dann machen auf jeden Fall. In letzter Zeit bin ich übrigens auch öfter mal in anderen Städten, also in größeren Städten, wie Köln, Düsseldorf etc. Vor allem in den Osterferien jetzt werde ich eigentlich ziemlich jeden Tag in einer anderen Stadt sein. Ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall jedes Mal vorher Bescheid sagen, in welcher Stadt ich sein werde. Vielleicht lässt es sich einrichten, dass man sich einen Tag mal sieht. Also ihr könnt mich auf jeden Fall immer, egal wo ihr mich seht, ansprechen. Das haben in Köln schon ein paar Mal Leute gemacht und das fand ich ganz, ganz süß. Also selber freue ich mich wirklich jedes Mal sehr. Ja, also falls ihr mich irgendwo seht, sprecht mich einfach an. Das ist eigentlich für mich immer so mehr freuen als irgendwie stören oder sowas. Also Quatsch, ihr stört nicht, egal wann eigentlich. Also vielleicht, wenn ich jetzt gerade an der Kasse stehe und mit den Leuten rede, an der Kasse, vielleicht solltet ihr dann warten, bis ich von der Kasse weggehe. Sowas vielleicht, aber sonst wirklich stört ihr nicht. Ich fände das mega cool, wenn ihr mich anfangen würdet. Und wie gesagt, in den Osterferien werde ich jeden Mal woanders sein. Ich weiß nicht, soll ich euch hier dann auch nochmal vorwarten oder leistet es ein Instagram. Instagram-Account gibt es übrigens in meiner Infobox. Da könnt ihr dann sehen, wie ich da heiße. Und ja, dann werdet ihr da auch erfahren, in welcher Stadt ich wann bin. Also Osterferien, wie gesagt, jeden Tag woanders. Und es werden auch ganz, ganz viele Follow-me-around dann, glaube ich, kommen. Weil, ich weiß nicht wieso, weil einfach. Der Heide Park hat übrigens den Wing Coaster aufgemacht, glaube ich. Oder macht ihn jetzt bald auf. Auf jeden Fall ist er ja jetzt neu da, seit diesem Jahr. Und ich finde das total cool. Und da muss ich jetzt auch auf jeden Fall bald hin, weil der Wing Coaster, meine Güte, habt ihr euch den mal angeguckt? Der ist so cool. Wenn nicht, dann geht mal auf die Seite vom Heide Park. Ich werde euch die auch mal in der Infobox verlinken. So cool. Mögt ihr Achterbahnen, also solche Schlimmachterbahnen, oder mögt ihr eher so ruhigere Bahnen? Schreibt mir das doch auch mal in die Kommentare. Also ich stehe total auf solche, solche Horrorbahnen irgendwie, also solche, die Kopf runtergehen. Und dann wird man da hingeschüttelt und da hingeschüttelt und da hingeschüttelt. Und dann denkt man sich, huch, wo bin ich? So, auf solche Autobahnen mag ich sehr. Okay, ja. In letzter Zeit fahre ich sehr viel Auto und das macht mir Spaß. Ja. Warum ich das jetzt aussage, weiß ich nicht. Mein Führerschein habe ich zwar schon seit etwas längerem, aber Papa hat mir nie erlaubt, auf die Autobahn zu fahren, weil er meinte, ich soll das Auto erstmal besser kennenlernen und bla bla bla. Ja, wobei ich jetzt, seitdem ich Autobahn fahre, sagen muss, dass ich mich auf der Autobahn sicherer und besser aufgehoben fühle, weil da einfach immer nur geradeaus ist. Und klar, man muss so zwischen den Autos hin und her pendeln und da kann es auch schon mal gefährlich werden. Wenn dann solche Drängler kommen, die dann wirklich bis vor die Stoßstange fahren und du denkst, Junge, ich kann doch gerade gar nicht nach rechts, weil da ein Auto neben mir ist. Chill. Ja, wenn solche Leute kommen, dann denkst du dir echt schon so, oh Gott, was ist nur mit der Menschheit los. Aber sonst ist es cool. Ja, ich liebe Autobahn fahren. Also, falls ihr einen Führerschein macht bald, freut euch auf das Autobahn fahren. Das macht total Spaß. Ja. Ja, ich spare auch gerade auf mein eigenes Auto. Ich wünsche mir ein VW Polo. Mal sehen, ob ich es mir erfüllen kann zum 18. Ja, ist ja noch ein bisschen hinter acht Monate hin, aber vielleicht klappt es ja. Ihr werdet es dann ja mitbekommen. Ja. Ja gut, wie ihr seht, ich labere eigentlich nur Mist und eigentlich wollte ich auch kein langes Video machen, sondern nur ein kurzes Video. Ich war trotzdem, ich hatte dieser kleine Vlog gefallen, der ja relativ unnötig war, aber halt, wie gesagt, irgendwie finde ich sowas auch cool. Also, ich gucke mir solche Videos sehr, sehr gerne bei anderen YouTubern an, da ich solche Videos auch sehr öfter woanders schon gesehen habe, wo die Leute einfach reden, einfach drauf losreden, egal über was, auch über solche unnötigen Sachen. Und ich finde sowas immer ganz cool. Ich weiß nicht, wieso. Ich höre das sehr gerne. Und ja, ich weiß nicht, möchtet ihr solche Videos oder solltet ihr es lieber lassen und ihr denkt euch jetzt, oh nein, oh nein. Ja, ab da bitte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen schönen, labrigen Tag. Labrigen? Ne, eigentlich nicht. Einfach nur einen schönen Tag. Ciao.